recht herzlich willkommen zur 59 folge von towns die zweite staffel ja mich dem michael habe ich ein bisschen geschrieben und er meinte wir sollten doch vielleicht mal die prioritäten vielleicht ändern und die waffen da nach oben stellen ja gut was sind die waffen ist das unter werkzeug hier? buttering mine and dig wall construction oder hier etym construction tilling and shopping ich denke mal hier ist es etym construction so holdings, trading, cooking and cooking, gathering and harvesting, wall construction, mine and dig, tilling and shopping, butchering, all feet, ich denke mal da gehört es zu dann hm, hab nur die frau ob einer was macht ne? schade ja auch nicht Knochen, der Knochen war schon richtig, fünf Schwerter wollten wir noch machen ok, hier unten wird erstmal Essen gemacht, das ist auch wichtig 41 Helden, happiness ist 94, das heißt wir könnten noch mehr Helden haben, wenn wir denn dann oben, sag schon äh, mehr Zimmer hätten ja, Aufgabe erfüllt, oder wie gesagt, machen wir mal hier einen mehr, vielleicht wird dann einer gebaut und ich geh mal einen zurück, aber und dieses Schwert, schon 25, obwohl da steht 1, irgendwo muss es 1 geben, oder? 26 jetzt läuft irgendwo einer hin und holt eine rote Kugel, das wäre das Beste, ne? ist aber nicht so ja wir haben niemanden, der sowas macht hier ist nochmal eine Forge ja, haben wir schon mal angefangen zu erweitern, ne? machen wir mal so da läuft jemand und hat Hunger der holt jetzt Holz und macht hier weiter, alles klar Holz wird jetzt geholt und die Mauer wird gebaut also wollen wir mehr, ne? hm, supi bringt's irgendwie nicht, ne? keiner will das machen, was ich haben möchte und das sind Waffen ja, da hat einer was geholt achso, das wird da auch gemacht, okay hm, erstmal einen schneller laufen wie sieht's denn hier aus, da ist alles fertig und hier, ja, haben wir genug Zimmer erstmal, ne? tja erstmal bis dahin und da haben sie was zu tun das ist schon fertig können sie gleich schon weitermachen aber hier, da passiert nix, warum passiert da nix? destroy spider-rhythm, machen wir das doch mal wird der dann eingelagert? gute Frage, ne? da hat einer Holz geholt hm, was liegt hier alles drinnen? Sand und das ist Kupfer, naja da ist wieder einer, einer, einer haben wir hier nicht schon mehr Stühle mal gehabt? ah, da muss man die SHIFT-Taste festhalten, ne? bauen wir mal Logen da hin, ne? tja oh, da geht einer nach da oben was macht der? der hat eine Kugel da reingebracht super, ne? also, wo spider-rhythm ist, das wissen sie, ne? es baut noch keiner was der Bogen hast du denn auch schon sechser ausgewählt? das bringt's dann alle nicht, ne? die bauen's nicht hier sind auch 5 drauf roten Snakes, rot ja, was haben wir für Möglichkeiten hier unten noch? da war Ergo Goblinit und das andere ist Hop-Goblinit Goblinit gab's hier, ne? ja und Hop-Goblinit gibt's hier haben wir jetzt auch gemacht ja so, da hatten wir noch irgendwo ein Loch kriegen wir das irgendwie noch zu? ich glaub nicht, ne? äh ja, lass uns mal machen dann können wir's wegdecken gucken, ob's überhaupt gebaut wird, ne? keine Ahnung ob das Loch gestopft wird oder nicht äh, da hat einer einen Stuhl gebaut auch schön Anlock hatte ich die noch ausgewählt den Stuhl oder wie seh ich das? oh, guck mal die sind alle hier drinnen aber ich weiß nicht warum Happyness oder was? ja, komm sauberer noch ein paar Stühle da hin können die alle hier drinnen sitzen, ne? die Arena die macht uns hier freundliche Punkte 95 so, da nochmal hin da nochmal hin ein höher da nochmal hin ja, ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert oder nicht ich hätte gern das Loch zugemacht aber irgendwie klappt das nicht mit dem Loch zu machen, ne? die haben nichts zu tun und sitzen hier dran herum anstatt mal ein paar Schwerter zu bauen oder sowas, ne? komisch ja Item Construction irgendwas verpasst ich glaube nicht, ne? tut sie nix ich schiebe es mal wieder auf Position zurück tja lassen wir es Spiel in Pause was ist passiert? Angriff zwei Schleime Respekt gut ja, da war so eine Bank gemacht worden aber hier drinnen ist auch nichts passiert und wir können mal wieder ernten hier also hier sind auch noch ein paar und die nehmen wir auch noch mit da kommen sie auch alle und machen das ja, warum wird das hier nicht gemacht? das ist die Frage, ne? ist ein Held gekommen? ja brauchen wir noch ein paar Wände ach ja, guck mal das ist auch schon fertig so, die Wände auch alle gezogen gut passt das Loch ist immer noch nicht zu ich weiß auch nie, wie es zugeht ist schon komisch, dass es nicht geht, ne? Gelzeug fehlt da äh, ne, das nicht, sondern das gucken, ob da was passiert ja, da kommt einer mit so einem Ding aber das ist da irgendwie nicht benutzt worden mein so, jetzt nochmal probieren, ob wir das da hinkriegen aber ich glaube nicht, dass es da hingebaut wird das funktioniert irgendwie nicht, ne? na, was soll's irgendwie ist die Bremse hier bei den Sachen zu bauen hab' ich nicht, hab' ich nicht Kulit Direkt Bambus ich mach mal zum Beispiel vier Helden ich mach mal fünf Bambusstücke gucken, ob die produziert werden Holz wird gemacht Tja vielleicht sollten wir Soldaten machen warte, wir machen da mal einen Soldaten das war hier, also da drei Soldaten das ist immer drei Soldaten und die sind jetzt Assign as a Guard okay, ne Wache na, lassen wir sie erstmal so das passt ja erstmal Holz Holz ist gefragt Fackeln im Sturm machen wir auch dann macht man eine Pause jetzt können wir gerade zusehen, dass wir hier noch Sach schon die Wand fertig kriegen da einmal zumachen ach, die Kerze muss da weg Unlock und die Kerze muss woanders hin wo stelle ich denn die Kerze hin? hier unten ach, obwohl brauchen wir gar nicht machen da sind noch bestimmt welche die irgendwo fehlen, oder? ja, keine Ahnung wo ja da werden schon die Holzklötze gemacht ich glaube, ich muss die Kerze doch woanders hinstellen dann entsteht ja nur im Weg rum haben wir hier noch eine Kerze hinzustellen? oh, hier hinten zwei, drei, eins, zwei, drei da machen wir sie hin und fertig habe ich sie schon ausgewählt? ich glaube nicht so, jetzt haben wir eine Kerze gemacht und schon ist sie unterwegs dann können wir das da auch noch zumachen und gehen dann eine Etage höher gerade da schön hin und ja, Fenster wären nicht schlecht, ne? ach, wieder nicht die Shift-Taste gedrückt machen wir mal so gucken, was daraus wird ah, da kommen sie schon und bauen Klötze jo, gut aber ich würde auch mal sagen für die Folge soll es auch reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss